Faszinierende Dampftechnik und maritime Melodien zum Schunkeln gab es am Dienstag dem 16. Juli 2013 ab 14 Uhr am Emsufer zu erleben. Faszinierende Dampftechnik und maritime Melodien zum Schunkeln gab es am Dienstag dem 16. Juli 2013 ab 14 Uhr am Emsufer zu erleben. Hier die Auftritte des Schontichor Bornsematen aus reines niederländische Partnerstadt Borne. Faszinierende Dampftechnik und maritime Melodien zum Schunkeln. Anlässlich des 1175-jährigen Geburtstags der Stadt Rheine wurden Stadt und Verkehrsverein Rheine in Kooperation mit der Interessengemeinschaft zur Förderung der Ems zum ersten Rheinland-Dammschiff-Konvoi ein. Auf diesen Booten hier lassen Hobby-Skipper die alten Dampfschiff-Traditionen wieder lebendig werden. Musik 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 Der Schöne sieht schon und kommt wieder aus. Der Schöne sieht schon und kommt wieder aus. Der Schöne sieht schon und kommt wieder aus. Nach so gibt die beiden zwischen uns an Boa. Nach so gibt die beiden zwischen uns an Boa. Der Schöne sieht schon und kommt wieder aus. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.